Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die brauch' eh keiner mehr. Na na na! Na na na! Na na na! Na 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 na! Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringt Sie mir Felgelein! 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 Da in Italia ist eine konzettone superficiale und vittoreska von dieser vittoreska, die ich sehr trage. Ja! 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 Twelve Secondes Later How could this happen to me? I made my mistakes! Got nowhere to run! The night goes on as I'm fading Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kaut kabagum, ein Mädchen kaut rum, wenn Blackie comes down to high low, poor old man. Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinem Garten passen, so dem Bassin. Bitteschön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber schau mal, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinem Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau hat. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mich auch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss.